So, da sind wir wieder. Für euch jetzt nur eine Sekunde weiter. Für mich elende. Keine Ahnung, 30 oder so. Ich könnte jetzt theoretisch da vorne hingehen, zu D aussteigen. Und somit ist das. Das mache ich jetzt mal. Ich will sofort das Gunship haben für unser Team. Da sehe ich gerade mal den Verlust des Jets als sinnvoll an. Auch wenn er jetzt minimal sinnlos ist, weil ich jetzt keinen Pionier habe. Das heißt, wenn ein Panzer kommt, bin ich im Arsch. So, B, C, D werden eingenommen. Die Frage ist, von welchen Teams? Ich hoffe natürlich alle von unseren, aber ich fürchte das nicht. Doch, cool. Gleiche Verteilung, also das ist in Ordnung. Fähr gerade noch, ziemlich. Ah, hier ist gerade aus rechts. Fahren wir doch gleich mal hin. Man hat ja sonst nichts zu tun. Let's, fetz. Oh, oh. Puh, rechtzeitig noch ausgestiegen. So, da drüben über uns war gerade noch eine Havoc. Oder eine Wiper, ich weiß nicht welche das ist. Aber da gehe ich doch mal lieber weg. Da ich diesen Satz jetzt so lange rausgezogen habe, dass sie längst weg war, hätte ich ihn auch dahin lassen können. Ja. Falls ihr euch fragt auch, ob ich gerade mal den Assault nehme. Ich will gerade noch ein paar Punkte abschauben. Genau. Genau diese. Und auch wenn das WXP Event vorbei ist, das habe ich eigentlich dafür ausgespart. Einen Monat bis zum nächsten oder anderthalb oder wie lange es nochmal dauern wird, warte ich da nicht mehr. Vielleicht auch wenn es so einen halben dauern würde. Dann brauche ich hier noch ein paar 3-Kills, glaube ich. Beiden 800. Ja, reicht doch erstmal hiermit. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Boah, da vorne. Verdammt, den kriege ich nicht mehr, glaube ich. Wird knapp. Ah, zu spät. Ach, der ist schon down. Hat sogar noch gereicht, wahrscheinlich mit der letzten Kugel. Oh, oh. Hahaha. Ja, vergesst es, ihr sterbt alle gegen mich. Ja, keine Chance gegen den Skillgamer Number One. Oh, 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 oh. Gut, der hat schon Vorteile. Haha. Wenn man von hinten kommt. Ich habe doch keine Aim-Bot drin. Haha. 4 zu 1. Gunship, 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 Gunship. Hahaha. Abgeschossen worden. Ähm, zu geil. Ich probiere es ja mal mit der M4. Und ich gehe wahrscheinlich gleich zu D. Außer es gibt einen Jet. Oder halt die AC-130. Aber es gibt verdammt viele Leute, die da rumcampen, um sie zu bekommen. Und deswegen hier weniger Spielpower kriegen. Was hat das denn? Ich habe wieder die falsche Taste gedrückt. Geile Snipper-Position. Leider habe ich kein Snipper-Set. Hier kommt ein B, wenn ich jetzt gerade nicht nur die Punkte abstauben. Aber geile Aussicht von hier oben. Ich finde das sieht schon irgendwie cool aus, oder? Kann man eigentlich nicht sagen. Nur hier dieses bisschen das Interface nerft. Ein bisschen Hardcore-Modus. Der ist sicherlich noch geil aus. Ja, 13 Punkte! Nein, komm. Oh, Ship-Diva-Fail. Voll schlecht geworfen. Und natürlich mal wieder Skype nicht auf Aufnahmemodus gesetzt. Hallo! Ah, scheiße! Da ist doch einer! Mit der Pistel erschossen worden. Tja, das ist nicht so gut. Anyone else lagging? Yes, I'm lagging like hell. Trotz einer eigentlich guten Ping. Ping, 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 ping. Ich komme zur Straßenmeisterei. Cool! Also den Spawner muss man die Leute lassen. Der war doch mal genial. Das brauche ich doch gleich nochmal. Keine Ahnung, wo ich bin, aber das ist sicherlich ein Gegner. Oder? Boah! Boah! Dieser Sprut-Este! Du wirst gleich deinen Namen alle Ehre machen! Also den Dead-Eye. Der wird gleich tot sein. Na, okay. Herzlichen Aufschub gesorgt. Wir sehen, wie er mal den Punkt eingenommen hat. Ob ich jetzt den nicht... Ah, jetzt kann ich ihn markieren. Ich hätte auch dick schneller gehen können. Ey, ich kann dir nur nie geben. Befehl ausgeben. Weiß nicht, was für einen, aber ich gebe mal ein Befehl aus. Ja, auf F. Ja, hau! 60 Nachschubpunkte. Und natürlich zweimal vielleicht. Hahaha! 100 Punkte für das... Nur fürs Mundi aussetzen und markieren. Da sieht man... Bringt doch was, warum macht das keiner? Hier war doch gerade noch ein Gegner. Jetzt zieh mich direkt vor mir. Äh, wo ist der hin? Wo ist der hin? Ich glaube, ich habe keinen... Ah, doch. Ich habe einen Randgriff dran. Warum zieht man das dann so extrem nach oben? So wirklich extremst? Wie zur Hölle! Wie zur Hölle! Ja sicher! Und das mit Level 31 natürlich sofort weggeholt. Ohne dass ich ihn überhaupt einen Schuss getroffen habe. Ich gehe jetzt einfach mit der PKB mal hin. Wir brauchen ja noch für einen Auftrag. Leider. Da... ...geben die ihre verdammten Ungenauigkeit und verdammten... ...ääh... ...Schussrate. Haha. Wie man sich alle kreuzweise wohin stecken könnte. Oder kann. Oder auch so. Sollte... Ja, da ist ein Panzer. Siehst mich nicht. Siehst mich nicht. Nein! Wieso haben die einen 1128? Die hat doch gerade eben noch Sprut SD. Lassen sich unsere Tippen natürlich dieses Fahrzeug wieder klauen. Mit die Gänzbolzen. Ah, cool. Ach scheiße. Ich habe den Perk... ...das Perk drin. Relativ sinnlos, aber... ...kannst du es gerade auch nicht mehr rausnehmen. Je, ich habe irgendwo was getroffen. Wäre noch nicht stark. Ach, den kann ich ja gar nicht. Aber ich kann es markieren. Soweit ist das Perk schon sinnvoll. Wie? Nicht mehr kampfundfähig? Na komm, jetzt aber gut aus dem Maul. Fahrzeug kampfundfähig gemacht. Hilfe bei Kill, sehr gut Fahrer. Sehr gut. Ich scheine einen kompetenten Fahrer zu haben hier. Uaaah, Hilfe bei Kill 95. Aber Hilfe Squad-Fahrer. Also habe ich insgesamt Wertpunkte bekommen. Scheiße, scheiße, scheiße! Selbstsquad! Yeah! Sorry. Sorry. Äh... Ja, kurzes Gespräch hier über den Chat mit meinem Teamkollegen. Und zwar darüber, dass ich... Tja, next time. Yes. Let's shoot them! Schieße ich hier mein eigenes Fahrzeug ab. Hahaha! Äh, ich bin gerade noch ein bisschen hier im Chat lesen und übersetzen. Weil er hat mich angewiesen, ihn fliegen zu lassen oder wenigstens höher zu fliegen. Weil ich viel zu tief geflogen bin, wo er natürlich auch vollkommen recht hat. Wo er natürlich auch noch die falsche Gaffs drin, also... Alles falsch gemacht. Ah, der hätte ich jetzt hier schießen können. Wie noch was? Da brauche ich halt den Tippen da unten fertig. Der lebt immer noch. Warum sollte er auch sterben? Ich hoffe mal, der hat die Flares ausgesendet gerade. Oah... Nee. Hoch. Wie, klar. Da hat doch halt gar keiner geschossen. Wir waren auch nicht mal richtig angevisiert. Naja, dann gehe ich halt hier rein. Soll mir recht sein. Kann ich im Chat versagen. Uuuups. Das ist Gottesgeil. So ein Squad hat man gerne. So komm, dich hau ich weg. Hallo? Hey... Du siehst die nicht mal, aber diese Treff können sie sich treffen. You fly! Loll! Hä? Wo kommt denn? Ja, 71. Nerd. Nerd! Hast du kein Leben oder was? Come on! Dööö... ja. Der ist super. Der ist super. Das ist super. Halt. Aber du kannst das so? Bööö... Er ist super. Trefft angerufen. Und jetzt den da? jetzt hin. Ja, voll, Gegner verloren. Passiert aber auch nur Loops. Passt ja, können jetzt einige sagen. So, jetzt höher fliegen. Wie auch gesagt hat und wie man auch eigentlich muss. Diese grandiosen Fehler von mir. Geht's überhaupt nicht. Ja, da ist er, da ist er, da ist er. Ah, ich sollte nach oben fliegen. Ja, ich hab's noch leer gemacht, weil es mich mal nachladen, wenn er fehlschlägt. Ich würde es einfach mal nicht fail nehmen, sondern mal ein gutes deutsches Wort. Irgendwo hier ist gerade ein Helikopter. Garantiert. Ja, da sind wir in. Ich muss hier aufpassen, dass ich nicht gleich wieder ausspringe. Tja, warum sollte man wohl hochfliegen, Lars? Ich weiß es nicht. Vielleicht, damit man nicht überall gegenfliegt. Nein, ich glaube nicht, Lars. Ja, so viel dazu. Squad Heilung, Squad Heilung, Squad Heilung. Huah, bin ich gut, oder was? Ja, und dann noch einen Schuss getroffen, oder sowas? Eine Kugel. Du, äh, Mausbett am Ende. So, ich schieße jetzt einfach mal auf den hier. Wollt ihr mich verarschen? Ja, krieg ich den gerade dann? Naja, hier geht es mal. Egal. Eine Runde drehen, das tue ich gerne. Ja, man sieht also, diese Luftbodenrageten sind doch eindeutig ziemlich effektiv.